Hallöchen Leute, Benny Bunny meldet sich zurück zu einem neuen Infovideo nach seiner OP. Viele Leute haben sich bestimmt gefragt, ist der Benny tot? Ist er in Klammern endlich tot? Verreckt? Was auch immer? Nein, ich bin noch unter den Lebenden. Ich rieche nur manchmal wie ein Toter. Ha, ha, ha. Nein, Scherz beiseite. Also ich bin wieder zu Hause. Eigentlich bin ich schon seit Donnerstag zu Hause. Seit Donnerstag wurde ich entlassen. Montag hatte ich ja die OP gehabt. Und ja, an sich ist alles super verlaufen. Also ich habe ja schon einige PNs bekommen und gefragt, Benny, wie geht es dir denn eigentlich? Hast du gut überstanden und so was? Erstmal vielen Dank für die PNs. Also ich habe überhaupt keine PN bekommen von wegen, ey, jo, Alter, mach mal weiter Videos oder so was. Was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Also ich verstehe ja die heutige Internet-Community. Also ich verstehe sie nicht. Aber ich kenne sie, was da so manchmal für Leute rumschleichen. Aber ja, erst mal vielen Dank an die Anteilnahme für die lieben gute Besserungswünsche und so was. Und ja, ich bin jetzt seit Donnerstag wieder zu Hause, bin aber nicht so richtig in der Lage, Videos zu machen. Ähm, deshalb Folgegrund, ja. Ich schniefe noch ein bisschen durch die Nase. Also es ist noch ein bisschen angeschwollen, noch ein bisschen Wundsekret. Das will ich euch gar nicht im Detail erläutern, weil das doch ziemlich eklig ist. Ähm, erst einmal lufttechnisch kriege ich noch nicht so viel durch die Nase. Und, ähm, ich darf auch gar nicht so viel sprechen. Also, ähm, Sprechen an sich geht ja noch. Aber wenn ich zum Beispiel anfangen würde zu lachen oder so was, das würde ordentlich in der Nase wehtun. Also ihr habt keine Vorstellung, wie wir das eigentlich wirklich tut. Ähm, da würde ich wahrscheinlich erst mal auf den Boden rumrollen und ihr würdet dann 10 Minuten mich schreien hören, bevor irgendwas mit dem Video weitergeht. Von daher, ähm, erhole ich mich wirklich jetzt erst mal richtig, äh, von der Wunde. Ähm, nächste Woche wird dann noch was entfernt an Nähten und Folie. Ähm, ja. Dauert ein bisschen, bis ich, äh, weitersprechen kann. Das ist einfach wegen der Nase. Also wird da noch was entfernt. Dann werde ich auch vom Arzt, äh, eine Rückmeldung kriegen, wie die Heilung momentan läuft. Und dann hoffe ich, dass ich im Laufe der Woche vielleicht, äh, wieder Videos machen kann. Und das, äh, da drücken wir jetzt einfach mal die Daumen, dass das jetzt wirklich gut läuft. Also an sich spüle ich die Nase ganz gut und, ähm, den Wunsten kräht. Also wie gesagt, da will ich gar nicht im Detail erläutern, aber die Nase kriege ich schon, äh, gut sauber. Und dann hoffen wir einfach mal, dass die, äh, Wunden jetzt gut verheilen. Aber insgesamt, die OP ist super, verlaufen eigentlich keine Komplikationen. Der Krankenhausaufenthalt war auch ganz nett. Äh, äh, am liebsten würde ich ja hier direkt die Leute grüßen, die mich dort gepflegt haben. Aber, ähm, ich glaube, die, das mache ich jetzt mal so incognito. Also, ähm, einfach mal so hier, sag ich mal, im Internet. Vielen Dank dafür, dass ihr mich gepflegt habt. Äh, das war, das war echt super. War echt super. So, ich hatte wirklich einen angenehmen Aufenthalt im Krankenhaus. War ja mein erster Krankenhausaufenthalt überhaupt. Und ja, war doch glücklich, dass ich aber wieder raus durfte. Und jetzt, äh, sitze ich wieder hier und, ähm, erhole mich, äh, arbeite ein bisschen in meiner Live-Rollenspielrüstung, schaue mir Pony-Folgen an und sowas. Und ja, äh, ich beeile mich auch am besten, weil, äh, heute kommt eigentlich wieder eine neue Folge. Und, hihi, der Brody, der ich halt bin, will ich mir die Episode natürlich anschauen. So, ähm, und ich merke gerade, ich hab, äh, meine Lautsprecher angelassen. Und da ist wahrscheinlich auch ein Skype-Ton durchgekommen. Egal. Es ist nur ein Infovideo, nix Professionelles. Ich, ich bin krank, ich darf das. So. Was ich aber auch noch aufgefallen hab, was mir aufgefallen ist, ähm, als ich, äh, Donnersag kam, war ja 6. März. Was wollte am 6. März geschehen? Richtig. South Park, der Stab der Wahrheit, sollte release. Und es war ja auch mein geplantes nächstes Projekt. Als ich es aber ausprobieren wollte, musste ich mit Bedauern feststellen, dass da immer noch Vorausladen im Steam stand. Und, äh, das Ding überhaupt nicht in den Spielmodus richtig gehen wollte. Also hab ich mal ein bisschen nachgeforscht, was denn hier eigentlich los ist. Und für die Leute, die es jetzt nicht so mitbekommen haben, sich so fragen, ey, was ist denn mit South Park los? Äh, warum kommt da nix? Ähm, so ist die momentane Lage. Bevor das Spiel released wurde, hat Ubisoft nochmal so eine kleine Zensur-Tour gemacht, nach dem Motto, finden wir noch etwas. Und die haben tatsächlich etwas gefunden. Und jetzt haltet euch an den Tischen fest, oder an egal was, sie haben noch ein Hakenkreuz gefunden. Ja, Ubisoft hat tatsächlich noch ein vergessenes Hakenkreuz im Spiel gefunden. Ja, ich weiß, euer Schock ist jetzt übermaßen, also größer als der Mount Everest. Sowas schockierendes. Ein kleines Hakenkreuz wurde übersehen. Oh mein Gott, die Welt wird enden. Stellt euch vor, Ubisoft hätte das wieder übersehen und das Ding wäre released gewesen. Ja, also ganz im Ernsthaft, ähm, eine größere Scheiße habe ich eigentlich noch gar nicht gehört. Wegen so etwas wurde jetzt der Release nicht allgemein. Naja, also die Amerikaner und sowas, die haben ja keine Probleme mit Hakenkreuzen. Die kriegen das ja, pff, die kriegen das am Frühstückstisch und die zucken mit den Schultern und sagen, Ach, whatever, Breakfast und sowas. Aber, ähm, der Release für South Park, der Stab der Wahrheit in Deutschland und Österreich, wurde deswegen verschoben, wegen einem kleinen Hakenkreuz. Ähm, das genaue Datum steht noch nicht fest, aber die hoffen, also Ubisoft hofft es, dass das für Deutsche und Österreicher, äh, gegen Ende März released werden kann. Ja, ich überlege jetzt doch gerade, äh, warum gegen Ende März? Wie lange dauert es denn, ein kleines Hakenkreuz zu entfernen? Also bitte, da geht man doch einmal kurz in die Programmiersprache rein und setzt da ein Teddybär rein oder sowas. Ist mir doch egal, was die da reinsetzen. Mein Gott, wegen einem kleinen Hakenkreuz wäre ich jetzt auch nicht, äh, ausgetickt. Äh, was, äh, was passiert denn eigentlich, wenn die Charaktere jetzt dort Hitler sprechen? Mein Cartman ist bekannt dafür, Hitler zu mögen. Wird daraus jetzt, äh, Pimmler oder sowas? Also nee, jetzt mal, äh, ganz ernsthaft hier. Ja, also was da Ubisoft jetzt geleistet hat, äh, an sich eine Frechheit. Ich hab das Ding vorbestellt. Ich wollte es zum Release spielen. Und wegen einem Hakenkreuz müssen jetzt Deutsche und Österreicher darunter leiden und auf das Spiel warten. Ich wiederhole nochmal, wegen einem kleinen, übersehenen Hakenkreuz. Mein Gott, also ich glaub, es gibt Schlimmeres auf der Welt als so etwas. Ja, wir kennen ja alle unsere böse Vergangenheit. Es ist nicht mal meine böse Vergangenheit. Ich bin Däner, also bitte. Ich hab eigentlich mit dem ganzen Kack überhaupt nichts zu tun. Aber, ähm, warum nimmt man dann nicht direkt auch die Italiener mit? Ich mein, die Italiener waren auch böse. Oder die Japaner. Kannst ja auch direkt in einen Topf dann reinwerfen. War noch alles damals böse. Aber, ähm, ich will daraus jetzt keine, äh, wisst ihr, was Bullshit ist? Ich hab mal echt überlegt, ob ich jetzt darüber eine Episode, wisst ihr, was Bullshit ist, äh, mache. Weil ich das einfach total affig finde, wegen einem Hakenkreuz jetzt so einen Wirbel zu machen. Wenn, äh, schon das total schlimm ist, dann sollen halt alle betroffen sein. Oder man lässt es halt komplett. Ich mein, wenn jetzt sich ein deutscher, ein deutscher Spieler ein Hakenkreuz ansieht. Ja, was wird er denn sagen? Ja, cool, whatever. Für mich ist das ein Symbol. Es ist ein Symbol einer schrecklichen Zeit, ja. Aber es ist ein Symbol, das macht mich jetzt nicht noch lange nicht, äh, zu einem Nazi oder sowas. Nur, weil ich das Ding sehe. Also, da gibt's deutlich Schlimmeres auf der Welt. Äh, aber, äh, ich seh schon, ich, äh, grabe mich zu sehr in dieses Thema ein. Also, ja, deswegen, ähm, ist der Release, äh, nach hinten verschoben worden. Äh, ja, danke Ubisoft, dass ihr uns, äh, vor allerlei bösen Sachen schützen wollt. Egal, vielleicht liegt das auch gar nicht an denen, sondern an unserer tollen Regierung, dass die, äh, alles verschweigen wollen. Egal. Äh, Benni wird jetzt langsam hier zum Revolutionisten und sowas. Nein, also, jetzt wollen wir mal wieder ernsthaft Infovideo machen. Also, ähm, ja, South Park Release, keine Ahnung, wann das kommen soll, ähm, Ende März vielleicht, wenn wir das Spiel sehen. Ähm, dann werde ich's auch, ähm, Let's Playen, beziehungsweise hatte ich geplant. Jetzt haben wir natürlich auch Ende März Release von Phoenix Wright vs. Professor Layton. Ähm, um drei Projekte, ähm, ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob ich hinbekomme. Also, ich, ich kann erst mal schauen. Also, klar muss erst mal Dual Destinies fertig werden. Definitiv. Äh, muss ich auch erst mal überhaupt aufnehmen. Aber, äh, wie wir das dann machen mit weiteren Projekten, müssen wir schauen. Ich muss dann ein bisschen flexibel bleiben, weil Richtung Sommer ist auch meine Abschlussprüfung. Ja, der Benni lernt endlich aus zum Chemielaboranten. Und, ähm, da muss natürlich auch für gelernt werden. Also, da müssen wir jetzt ein bisschen schauen, wie wir das so machen. Aber, ja, äh, soweit dann halt von mir Update. Also, ähm, OP, ziemlich gut verlaufen. Ich erhole mich jetzt erst mal. Dual Destinies werde ich dann versuchen, so schnell wie möglich aufzunehmen und auch hochzuladen. Und, ähm, äh, dann schauen wir mal mit South Park und Phoenix Wright vs. Professor Layton. Wie das dann laufen wird. Und, ja, ähm, falls noch Fragen bestehen, könnt ihr natürlich die in die Kommentare stellen. Also, ich beantworte ja weiterhin. Also, ich bin fähig, auf der Tastatur zu tippen. Also, ähm, ich beantworte gerne Fragen in den Kommentaren oder auch PN. Und, ja, äh, ich würde dann einfach mal sagen, so verbleiben wir. Ja, und, ähm, sehen uns dann hoffentlich bei einem neuen, weiteren, spannenden und lustigen Part von meinerseits. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Anteilnahme hier an meiner Erholung und gute Besserungswünsche. Und, ja, wir sehen uns dann, euer BennyBunnyFive.